Hallo, ich bin Raphael im zweiten Lehrjahr als Produktionsmechaniker bei MON und heute zeige ich euch, wie es läuft. Was mich an diesem Beruf fasziniert, ist, dass ich eine Kran-Ausbildung hatte und damit jetzt in der Produktionshalle Teile und Überträge von über 30 Tonnen sind. Um Produktionsmechaniker zu werden, gibt es ein paar wichtige Voraussetzungen. Diese wären ein exaktes und sorgfältiges Arbeitsverfahren sowie Ausdauer und Geduld. Das Sozialverhältnis zu allen Mitarbeitern muss zu 100% erfüllt werden. Handwerkliches Geschick ist in diesem Beruf auch sehr wichtig. MON ist ein cooler Betrieb, weil es sehr viele nette Leute gibt. Es sind auch viele hilfsbereite Lehrmeister und Praxisausbilder hier. Und man hat auch ein bisschen mehr Ferien als die anderen. So, jetzt habe ich einen kleinen Eindruck gehabt in meinem Berufsalltag. Falls es euch gefallen hat, bewertet ihr euch doch jetzt als Produktionsmechaniker. Ich freue mich auf euch.